Wir sind soweit, wenn du aufs Wand bist. Okay, ein, zwei, drei, drei, vier. Hallo, lieber Götzchen, schreib' noch dran, bis wie's dir geht. Du und der Hammer, ich bin auch zu ihm. Du und der Hammer sind für mich gegessen, doch diesmal geht es nicht nur um die eigenen Interessen. Erinnerst du den Weg, oder bist du zu befehl'n, um hier bei uns zwei nach dem Echten zu seh'n? Du hast mein Letzten mal was Richtiges vergessen. Ich denke, das ist wichtig und nun wirklich nicht vermissen. Viele Menschen denken, sie sind ganz wieder geschlafen. Immerhin sind wir alle unbehafte Fans. Du kannst uns mit einem Stäuber wegsteigen, siehst du. Du kannst uns mit einem Stäuber wegsteigen. Oh, 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 hey, 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 hey Sonst muss ich das für dich machen Und das wird ein Klassengrund Die Gott wirfen vom Himmel Die Gott wirfen vom Himmel Die Gott wirfen vom Himmel